Waltensburg-Wuorz ist eine politische Gemeinde in der Region Sur-Selva des Schweizer Kantons Graubünden. Wappen, Blasonierung. In Silber auf schwarzem Pferd ritter Georg mit goldenem Nimbus und rotem Mantel einen grünen Drachen tötend. In den Farben des oberen Bundes zeigt das Wappen den heiligen Georg, Patron der Kirche und Namensgeber der Burg Jürgenberg, dem Standort der Kirche. Das Motiv zeigte auch schon das Gemeindesiegel. Ortsname. Der deutsche Name Waltensburg ist ursprünglich eine Bezeichnung für die Burg Jürgenberg, die auf dem Gemeindegebiet liegt. Waltram ist ein althochdeutscher Männername, der aus Waltern, Walten, Herrschen und Raban, Rabe, zusammengesetzt ist. Der bündner romanische Name Wuorz geht auf mittellateinisch Bifurcus gegabelt zurück und bezieht sich auf den Zusammenfluss der Bäche Flem und Schmörendorffnähe. Geografie. Das Straßendorf liegt in der Sur Selva auf einer Höhenterrasse am Südhang des Vorderrheintals. Ein kleiner Teil der Gemeinde und die Bahnstation liegt auf der rechten Seite des Vorderrheins. Der Großteil der Gemeinde liegt dagegen auf der linken Seite, wo er von Randado bis hinauf zur Ruchi aufsteigt. Die nördliche Gemeindegrenze ist gleichzeitig Kantonsgrenze zu Glarus und besteht aus einer Gebirgskette. Der nebst dem Ruchi auch der Mutenstock angehört. Etwas weiter südlich erhebt sich der PIZ-Dagas. Zur Gemeinde gehören nebst dem Dorfe der Weiler Taviyas und zahlreiche Einzelhöfe. Vom gesamten Gemeindegebiet von über 32 Quadratkilometer sind 1291 Hektar Gebirge und 712 Hektar bewaldet. 864 Hektar der 1181 Hektar landwirtschaftlich nutzbaren Bodens werden von Main-Sießen beansprucht. Die übrigen 48 Hektar des Gemeindeareals sind Siedlungsfläche, Bevölkerung, Konfession und Sprache. Von den Ende 2004-393-Bewohnern waren 376 Schweizer Staatsangehörige. Seit dem 16. Jahrhundert ist Waldensburg eine reformierte Exklave inmitten der sonst ganz überwiegend katholischen Sursel war. Die Amtssprache ist rhetoromanisch in der Version surselvaren Sehenswürdigkeiten. Die reformierte Kirche Waldensburg wurde im 11. Jahrhundert als Kapelle in Saalform erbaut. Punkt Von den Wandmalereien aus vier verschiedenen Epochen sind die Werke eines unbekannten Meisters um 1330 kunsthistorisch besonders wertvoll. Weil er seine bedeutendsten Werke in Waldensburg hinterlassen hat, wird er der Waldensburgermeister genannt. Seine Werke stehen in geistiger Verwandtschaft mit den um die gleiche Zeit entstandenen Miniaturen der manessischen Handschrift sowie den Glasmalereien von Königsfelden, Haus Cardonaudalbert, Haus Wieland. In Waldensburg stehen die Ruinen von vier Burgen. Im östlichen Teil des Dorfes steht die Ruine der Burg Jürgenberg. Sie wird erstmals 765 in Bischof Tellos Testament erwähnt. Praktisch im Zentrum des Dorfes liegt die Burg Grünenfels, Sitz der gleichnamigen Herren im 13. Jahrhundert. Die Burg Kropfenstein liegt westlich des Dorfes an einer senkrechten Felswand und die Burg Vogelberg liegt oberhalb der Straße nach Andiast. Punkt Die Sendasur-Silvaner, ein Fernwanderweg entlang des jungen Rheins, führt vom Oberalppass her durch den nördlichen Nachbarort Andiast in Richtung Chur. Passend zur Beschaulichkeit der Lage weit über dem Torgrund und dem Durchgangsverkehr. Punkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020